doch ich muss weil ich einen auftrag habe ich habe ein befehl hier weiter zu spielen bei banjo kazooie wir sind mittlerweile angekommen bei der vorletzten welt mittlerweile bei rossi bucket bay in einem hässigen jachthafen okay nach jacht sieht es hier nicht aus aber noch viel müll und scheiße aber das beste ist eigentlich so die musik finde ich oder also dass diese welt hier gehört mit oder nach mit monsters menschen mein hass welten aber ich komme nicht drumherum naja fangen wir an vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm das war schon mal ein bisschen zwei wo ich was die nächsten noten war das war das alles oder fehlt sie noch nein ich komme wieder raus ach doch hier natürlich hier raus und raus und ja geschafft sehen wir aufpassen dich kolle habe habe ich mir noch gemerkt irgendwie ach ja jetzt rein weiteres fenster leicht matrosen die würde ich nicht mal auf würde ich nicht mal auf mein schiff nehmen selbst wenn sie die einzigen auf der welt werden hätte wie die rumlaufen gibt es vielleicht noch irgendwas hier oben leicht der kollege hier sonst nichts also hier raus oh man ja erstmal in dieser abteilung hier genau schauen wir erstmal hier ich war hier schon ewigkeit ah ja der beschissenste abteil in diesem in dieser welt egal eigentlich ist jeder abteil beschissen ich will hier gar nicht mehr ich habe bock auf zelda neue spitzes bürger sowie zu ende du hast es jetzt begonnen also bringt es jetzt auch zu wenden deswegen bin ich mal in ruhe lassen aber sie lassen mich nicht in ruhe da oben ist nämlich noch eine leere honig war aber was ist hier los ganz schön ich kann program ich gebe dir gleich im programm macht was ich hier ganz schnell irgendwie die programm rauskommt so dann will ich nicht gleich wieder runter fall was ich sowieso bald gleich tue ich musste glaube ich irgendwann irgendwo mal was abstellen fällt mir sogar doch ach nee die wir halten von einer sagen wir so einer ich zuerst hin ich gehe erstmal da hinten lang eigentlich heißt es ja immer rechts vor links woher ist das alter vor schönheit dieser hat mir besser gefallen das ist mit so das kann ich schon jetzt erst mal den mumbo schädel das ist mir wichtiger abstehen wo kommt da kommt redig kamera drehen los immer mal wissen die nähe und was hält an nein das können wir noch gar nicht war schon wieder viel zu voreilig was hier oben ein leben das wir gar nicht brauchen war hinten noch irgendwas nein aber muss das jetzt nicht mal irgendwann anhalten nein hält es nicht an warum nicht halt doch an halt doch an wow nein aber ich will dir bitte egal hier müssen wir sowieso später nochmal her da ich jetzt keinen bock habe machen wir das irgendwann anders diese leere honig und ich gerne haben aber die scheiß bienen lassen mich ja nicht freue mich immer noch doch jetzt 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 klappt's wow ich will hier raus ich habe keinen bock mehr alter falter das 1 ich sage ja das einzig beste an dieser welt hier ist echt die musik deshalb ist okay ein aggressiver ringreifen oder ein rettungsring so wo geht es hier weil hier war da noch gar nicht oder geht es überhaupt rein da geht es doch ein glück auch hier leuchtem artrosen hässige frazell so zack 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 ein weiterer momo schädel so können wir hier noch irgendwas kaputt machen gucken ob wir hier die schaltzentrale kraft machen können nein geht natürlich nicht natürlich hoch stahl gesichert ich war hier irgendwo raus geht es nicht raus schade dann müssen wir halt hier raus ich weiß nicht mehr wo es ist ich weiß nicht weiter ich weiß nicht wo wir sind ich weiß nicht weiter ich kann natürlich jetzt auch singen don't tell me now do you like what you see das ist so ein oberwurm das habe ich mir in den letzten tagen 50.000 mal angehört und jetzt krieg ich das einfach nicht mehr aus dem kopf do you like what you see ich glaube wir zu heiß au 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 aha die heiße entpellerte zack ja sag doch dass ihr hier seid komm her Alter muss gar nicht wegrennen ey Junge die Eier könnte ich mir jetzt holen mach ich aber nicht wir jetzt noch hier der letzten noden und das war doch irgendwo hier das war ja weiter nicht in der bordküche aber hier noch etwas mehr schade ein weiteres fenster ich will da gar nicht da freue ich mich auf den klick lockt nach gefühlten stunden puzzle kann man ja wir uns alle freuen junge 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 so viele weiße video kommst du da runter so weiß goldene federn die werden wir noch brauchen können aber dazu mehr zu einem späteren zeit letten wir überlegen weil wir als nächstes hin also hier waren wir ja fast das sei denn hier noch mal mit den pfeifen das weiß ich noch nicht aber das war noch mal zurück damit diesen pfeifen da so schauen wir mal hier geht es noch weiter hoch ein guter zeitpunkt und an 60 zu machen rum rum ich habe nichts gegen hafen ich war sehr gerne irgendwie mal einen tag so nach hamburg aber so da ist das ding darauf ein der tag wieder geplant wird gucken wir mal hier da ist ein hexenschalter warum kommen wir da nicht stehen auf frischer scheiß tat ab ging mir hier nicht auch um kaputt zu machen war hier noch irgendwo oder waren wir da schon eben nicht hier wollte ich ja eigentlich auch als erstes hin aber ich wusste nicht genau wohin da waren wir wieder zurück ich weiß ich wusste doch ihr freut euch genau so wie ich hier ist nichts und jetzt drehen sie sich nämlich langsam als haben wir jetzt haben wir wenigstens mal eine realistische chance da irgendwie hinzukriegen komm okay hier werden wir erst mal den part und machen da beim nächsten mal weiterhin was die bucket bay und dann hoffe ich dass wir mal ein bisschen zügiger vorankommen also bis dann euer hspf dass du sie nicht beide ja 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 ja